Ja moin ihr geilen Schnitten und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was geht's? Slowdinger hier. Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Im letzten Video habe ich euch ja gefragt, was sollen wir mit dem ganzen Stuff machen, den wir bekommen haben. Die Kommentare waren eigentlich sehr eindeutig und das gleiche. Wir sollen eigentlich alles behalten. Und unserem schönen Körperkrieger hier zu pushen. Das werden wir auch tatsächlich machen. Ich habe mir natürlich auch überlegt, wie wir das Ganze angehen werden. Ich bin derselben Meinung. Lass den Char nach vorne bringen. Und jetzt starten wir ein neues Projekt sozusagen auf diesem Char. Und das ist nämlich das Schulterband. Und dazu haben wir uns natürlich etwas Schönes gekauft. Nämlich ein Zodiakbogen, den wir selber abben werden. Das wird ein geiler Content. Ob das so gut klappen wird? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns dann im Video an. Kleiner Spoiler. Das war immerhin die dümmste Entscheidung, die ich je getroffen habe in Metin. Und jetzt geht es weiter mit dem nachkommentierten Part. Mit den ganzen schönen Aufnahmen. Natürlich haben wir unsere Bio hier weitergemacht, so wie es auch sein muss. Und hier seht ihr jetzt den Shop, den wir gestellt haben. Auch mit den Sachen, die wir bekommen haben. Ich habe die Preise auf dem Markt verglichen. Ein paar Leute gefragt. Und das sind einigermaßen die besten Preise, die wir da rausholen konnten. Natürlich hätte man die nochmal, manche Items ein bisschen teurer einstellen können. Damit, wenn wir ein bisschen länger Zeit brauchen, wären die auch weggegangen. Bin ich mir auch sicher. Aber ja, so könnt ihr es erstmal sehen. Was wir hier so schönes reingestellt haben. Und hoffen wir natürlich, dass auch alles weg geht. Dann können wir uns auch auf den Bogen sehr gut konzentrieren. Was auch natürlich sehr geil wäre. Wir müssen da auf jeden Fall natürlich ein paar Mundis kaufen, um halt ein paar Drachensäges zu bekommen. Ich habe vor dem Bogen, wie ihr auch in diesem Video sehen werdet, bis plus 8 mit Drachensäges zu upen. Damit war ja, ist halt mit Drachensäges auf jeden Fall gut möglich. Und dann schauen wir mal, wir haben auch direkt schon was verkauft. Wenn er sich mal öffnen lässt, er laden. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen Won mitgenommen. Sehr, sehr geil. Natürlich haben wir auch wieder versucht, ein paar Rotflammsteine herzustellen. Wir haben ja jetzt ein paar Perlen am Start, die wir da auch bekommen haben. Somit können wir da ein paar Rotflammsteine schon mal vorcraften. Muss man nur die Energiesplitter holen und hoffen, dass es natürlich auch klappt. Hier Stück an der Zahl haben wir soweit hergestellt. Haben wir dann jetzt auf Vorrat, falls ein Rotflammstein bei unseren Seengürtel abläuft. Hier haben wir insgesamt 800 Bonis uns besorgt. Und die öffnen wir mal. Ergebnis seht ihr dann jetzt. Haben wir, glaube ich, ungefähr 38 oder 37 Drachensäges rausbekommen. Drittdb nimmt man natürlich auch mit. Auf jeden Fall. Und hier seht ihr jetzt den Kauf von dem Bogen. Ich habe versucht, mit der Person ein bisschen zu schreiben, um den noch ein bisschen runterzudrücken vom Preis. Aber die hat sich dann irgendwann einfach nicht mehr gemeldet. Abgemacht haben wir dann 35 Won. Hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und haben tatsächlich ein, zwei Stündchen gewartet. Aber ja, was wir machen, haben wir dann einfach rausgekauft. Natürlich der siebte Boni hat hier noch drin gefehlt. Da haben wir mal versucht, hier den hinzuzufügen mit 21%. Eine kleine Ergänzung hatte ich noch im Lager. Und hat auch mit dem First 2 wunderbar geklappt. Jetzt müssen wir den Bogen nur noch auf 9 bekommen. Die sechste, siebte ein bisschen drehen. Vielleicht, dass da Mithin drin ist. Und dann passt. So, den 23% Band, was wir bekommen haben, den werden wir versuchen auf 25% zu upen. Und sobald, meiner Meinung nach, wir den Bogen dann plus 9 haben, ready zu haben, um ins Band zu machen, werden wir das Item, was da drin ist, raus machen. Und werden dann unseren Zodiak Bogen 9 darauf hauen. Weil das Band ist schon 23%. Dann müssen wir nur noch einmal versuchen zu upen. Mit Gut Glück springt der direkt 2%. Und dann haben wir schon unser 25% Band mit einem Zodiak Bogen 9 drin. Das ist der Plan. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das Ganze auch natürlich so hinbekommen. In der Zwischenzeit fahren wir natürlich weiter fleißig den Rassador. Und natürlich auch weiterhin im Wald. Ich habe vor, tatsächlich langsam, aber sicher Richtung Jotun vielleicht zu gehen. Ja, nur das Problem ist, dieses ganze 4-Quest muss ich mal schauen, ob mir das so schmeckt. Medi bin ich noch ansatzweise nicht ready, meiner Meinung nach. Da fehlt mir noch einiges an Stuff. Die Chars hätte ich an sich jetzt tatsächlich ready. So ist es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, Jotun wäre hier tatsächlich die beste Wahl, um das zu machen. Müssen wir mal schauen. Und hier gehen wir jetzt mal ans Uppen von dem Bogen. Erster Versuch aus 7. Gefailed. Geht er wieder auf plus 6. Natürlich nicht. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen hin und her gegangen mit dem Bogen. Die Frage ist, plus 9, ja, Schmiede, MM. Ich habe persönlich allgemein mit den 105 Equipments sehr gute Erfahrungen mit Schmiede gemacht. Da, wo wir mit dem Lykaner gespielt haben, da habe ich ja die Videos auch auf dem Kanal. Könnt ihr auch gerne unter Arme vorbeischauen. Auf den älteren Videos mit dem Lykaner. Da haben wir ja eigentlich wirklich sehr erfolgreich die Sachen gehabt. Müssen wir mal schauen, ob das dieses Mal auch der Fall sein wird. Jetzt so, zack, plus 6, gefailed. Plus 5, komm, gehen wir wieder auf 6. Da haben wir ihn plus 6. So, und wie sieht es mit plus 7 aus? Oh, leider, leider gefailed. Wieder plus 6, komm, 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 tu es, tu es. Oh, shit. Ja, so ist es halt, ne? Ist ein Hin und Her. Können wir nichts anderes machen. Jetzt haben wir hier zwei Schmiede, probieren wir es mit dem ersten auf. Plus 7 geklappt und was sagt er? Plus 8, da hat er 2. Boom, plus 8, geil. So, dann haben wir uns ein paar Hydra-Truhen besorgt. Ja, wir haben gerade aus einer Hydra-Truhe 2 Mems bekommen. Das hatte ich auch noch nicht. I don't know. Geil, nehmen wir, weil wir haben direkt 2 gebraucht. Also 2 wollte ich, 2 Mundscheine hatte ich. Ach komm, passt, dann versuchen wir es jetzt mal. Erster Versuch auf 9, leider gefailed. Zweiter Versuch auf 9, klappt's? Auch gefailed, schade, 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 Schokolade. Natürlich, hier haben wir dann schon mal ein bisschen Bon eingenommen. Lecker Schmecker, danke dafür. Und dann geht's hier auch gleich weiter mit ein paar Hydra-Truhen weiter zu öffnen. Muss sein, wir brauchen MMs und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch so klappen wird. Hoffen wir mal, kriegen wir einen MM raus. Ja, jetzt gerade leider nicht. Versuchen wir es gleich nochmal. Buchrolle Eishexe, nicht so dolle. Ja, leider in diesem Durchlauf keinen magischen Stein bekommen. Dann haben wir uns 2 gekauft für A7-1, insgesamt 14-1. Wie ihr seht, haben wir da was Schönes vorbereitet, schon im Inventar. Sogar ein Schmiede-Handbuch. Haben wir gedacht, komm, wir versuchen jetzt nochmal 2 MMs. Wenn's nicht klappt, Schmiede drauf. Und hier lassen wir unser Glück vorher sagen. Normales Glück. Ja, schauen wir mal, ob das auch der Fall ist. Haben wir uns an meinen Lieblings-Spot gestellt. In Map 1 Blau. Und versuchen das jetzt. Hoffentlich klappt das Ganze. Komm, 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 tu es. Leider gefailed. So, und während das Ganze hier upt. Wir nähern uns jetzt schon langsam am Ende des Videos zu. Falls euch das Video natürlich gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und gerne ein Kommentar für den Algorithmus. Würde ich mich sehr freuen. Leider auf 9 mit Schmiede-Fail. Dann bist du was zu tun. Ist wieder auf 8 Uppen. Zack, wieder auf 8. Ja, das weitere Geappe werdet ihr dann sehen im nächsten Video. Ich lasse euch jetzt noch die Truhen hier zuschauen. Und bis dahin würde ich mal sagen, hau da raus. Bis zum nächsten Mal. Euer SlowDMG. Nein, nein, nein. Nicht bis zum nächsten Video. Ich habe noch ganz kurz etwas zu sagen. Nämlich, ich möchte mich für 673 Abonnenten mittlerweile bei euch sehr bedanken. Danke, danke, danke. Ich hoffe, ich kann euch auf jeden Fall noch viele weitere Videos bescheren. Hier auf diesem Kanal mit Metin. Natürlich, falls euch das alles hier gefällt. Lasst doch gerne mal ein Abo da. Ein Like. Und unterstützt mich gerne auch mit Kommentaren für den Algorithmus Boost. Aber jetzt wirklich. Jetzt ist es aber wirklich so. Bis zum nächsten Video. Ganz solicit.